Mein Name ist Yannick Sattorelli und ich spiele Kontrabass. Was war dein erstes Stück am Theater Ulm? Das waren die Neujahrskonzerte. Mit wem würdest du gerne für einen Tag dein Instrument tauschen? Das ist schwer, denn ich kann mich nicht zwischen Bassposaunen und großer Trommel entscheiden. Gibt es eine Theateranekdote, an die du dich gerne erinnerst? Es gibt unzählige, wo mir der Bass weggerutscht ist, aber wo ich mich gern dran erinnere, ist aus meiner Substitutenzeit, wo bei der Silvestervorstellung der Bratscher kam mit einer Kindergeige. Hast du deinem Instrument einen Namen gegeben? Das ist schwer, denn ich weiß nicht mal, ich kann mich nicht mehr entscheiden, welches Geschlecht er hat, aber es ist einfach mein Baby. Was wärst du gerne geworden, wenn du dich nicht für die Musik entschieden hättest? Das ging von Mathe über Fluglotse. Inzwischen bin ich bei Kfz-Mechaniker. Was könntest du jeden Tag essen? Maultaschen. Welches Werk würdest du gerne einmal spielen? Da gibt es viele, aber Bruckners neunte nochmal mit dem neuen vierten Satz. Wie verbringst du deine Freizeit? Was ist für dich ein guter Ausgleich zum Theateralltag? Na ja, Sport eher nicht so, aber so eine Runde Mario-Karten mit den Jungs. Was gefällt dir an Ulm am besten? Ich wohne am Stadtrand, bin in zehn Minuten mit dem Bus am Theater, hab hier meine Familie, nette Kollegen. Eigentlich ist alles super.